Rinaldin bietet verschiedene Aufhängesysteme für Bilder an. Es handelt sich um Systeme, die vom holländischen Hersteller Artitec produziert werden und vorwiegend für Galerien und Ausstellungsräumen geeignet sind, wo Bilder oft umgehängt oder gewechselt werden müssen. Das ist das System Classic Rail mit J-Form Schienen. Für die Montage des Systems Classic Rail sind folgende Teile notwendig. Die weisse Aluminium Schiene Classic Rail, die eine maximale Tragfähigkeit von 20 kg pro Meter hat oder alternativ die stärkere Schiene Classic Rail Plus, die eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg pro Meter hat. Schrauben und entsprechende Dübel, um die Schiene an der Wand zu montieren. Zu Aufhängen der Bilder werden an der Schiene verschiedene vertikale Aufhängestangen mit Haken angebracht. Diese ist die weisse, runde Stahlstange mit einem Durchmesser von 2 mm. Sie trägt ein Gewicht von maximal 20 kg pro Meter und ist in 1 Meter und 2 Meter Länge erhältlich. Diese sind die Haken für die Stange, maximale Tragfähigkeit 3 kg. Um sie vertikal zu verschieben, drückt man sie an den Enden. Diese ist die weisse, runde Stahlstange mit einem Durchmesser von 3 mm. Sie trägt ein Gewicht von maximal 20 kg pro Meter und ist in 5 Längen erhältlich, von minimal 1 Meter bis maximal 3 Meter Länge. Für diese Stange sind zwei Haken vorgesehen. Haken JS351, der maximal 20 kg trägt und besonders für Bilder mit Bildkordel geeignet ist. Haken JS352, der maximal 10 kg trägt und einen Haken zum Aufhängen des Bildes hat. Er ist hier für Bilder mit dreieckiger Öse geeignet. Diese sind weitere zwei weisse Stahlstangen. Im Gegensatz zu den vorherigen haben diese Stangen die quadratische Form 4,4 mm. Diese Stange mit Essknick ermöglicht es, dass das Bild direkt an der Wand hängt. Sie trägt ein maximales Gewicht von 40 kg und ist in 4 Längen erhältlich, von minimal 1 Meter bis maximal 2,5 Meter. Diese Stange ist gerade und verträgt ein Gewicht bis zu 100 kg. Sie ist in 3 verschiedenen Längen erhältlich, 1 Meter, 1,5 Meter und 2 Meter. Für diese Stangen sind folgende Haken vorgesehen. Es handelt sich um selbstklemmende Haken, d.h. sie werden durch das Gewicht des Bildes blockiert. Das maximale Gewicht, das jeder Haken tragen kann, ist in rot angegeben. Die zwei Haken rechts sind Sicherheitshaken, die verhindern, dass das Bild herunterfällt. Mit der Classic Rail Schiene kann auch das Perlonseil JS63 und JS64 mit Sechskant-Haken verwendet werden. Um das Perlonseil an der Classic Rail Schiene zu montieren, ist der Haken JS36 erforderlich, der so angebracht wird. Der Haken JS36 kann nur an der Classic Rail Schiene, aber nicht an der Classic Rail Plus Schiene angebracht werden. Die Einkerbung am Haken ist nämlich für die Stärke der Schiene Classic Rail Plus zu schmal. Sie finden die Bilderaufhängesysteme im Rinaldin-Katalog und in der Webseite www.rinaldin.com.